Mit der Sozialdemokratischen Partei verbinden mich natürlich zahllose Ereignisse, aber das Einschneidendste, was ich mir bis heute gemerkt habe, ist eine Entscheidung, die damals unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsident Heinz Kühn in Nordrhein-Westfalen beschlossen wurde und was, glaube ich, meinen Lebensweg entscheidend auch beeinflusst hat, das ist die Einführung des Schüler-Baföcks. Das war entscheidend dafür gewesen, dass mein Vater mir erlaubte, nach dem Hauptschulabschluss weiterführende Schulen zu besuchen, weil wir Schüler-Baföck bekommen würden. Und diese Schüler-Baföck hat mich sozusagen dann eben auch gute Schulabschlüsse machen lassen, am Ende auch ein Studium ermöglicht und das verbinde ich mit der Sozialdemokratischen Partei. Bis heute bin ich dankbar für diese Entscheidung und versuche durch meine Möglichkeiten, durch meinen Einfluss das, was mir Gutes getan worden ist, auch wieder an andere Menschen mit den Entscheidungen, die die Sozialdemokratische Partei treffen kann, zurückzugeben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.